Der BUND unterstützt nachdrücklich den bundesweiten Volksentscheid, weil wir es für einen zentralen Fortschritt für unsere Demokratie halten, wenn die Bevölkerung direkt in zentralen Fragen mitentscheiden kann und nicht indirekt nur über die Wahlen. Das heißt, die Elemente der direkten Demokratie müssen die Elemente der repräsentativen Demokratie wirkungsvoll ergänzen, auch damit unsere Demokratie auf Dauer Bestand hat. Wir halten es zum Beispiel für zwingend erforderlich, in zwei zentralen Fragen die Bevölkerung direkt entscheiden zu lassen, nämlich im Bereich der Agro-Gentechnik. Wollen die Menschen gentechnisch manipulierte, veränderte Lebensmittel, ja oder nein? Und in Fragen der Atomenergie, wollen die Bundesbürger den Sofortausstieg aus der Atomenergie oder sind sie bereit, noch weitere neun Jahre die Atomkraft weiter zu betreiben und damit sich auch den Gefahren der Atomenergie auszusetzen, unabhängig von der permanenten Produktion von hochradioaktiven Abfällen, wo man nicht weiß, wohin damit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020